Nein. Nein? Ja, hab doch mal ein paar Kanon aus. Krass Kunstpause. Kunstpause. Weißt du, kaum sag ich was, ne, klaut das jeder wieder. Ja, klar. Verstanden. Ja, Lenny, was? Ich komm hier nicht durch die Tür! Danke, ich bin zu breit. Was bist du so oder so, also? Lenny muss alles klauen. Das ist alles nur geklaut. Eyo, Eyo. Gleich haben wir Copyright verletzt. Eyo. Das haben wir nämlich nicht. Eyo, Eyo. Das sind nämlich unsere Stimmen. War das so gestört? Wir haben es nur ge-aids und ge-aids und ge-aids und ge-aids. Entschuldigung, aber das habe ich mir ge-aids. Ich hatte eigentlich die Harden-Energy-Zell hier im MESES-Team-Range getan. Ich war es nicht. Ich war das bestimmt nicht. Nein. Nein, war ich... Diamanten. Diamanten. Diam... Gold. Diamanten. Diamanten... Gold, ne? Weißt du noch? 10 OPF einfach mal easy gemacht auf einer gebrenzten Map. Ach, wtr. Ach, bleck, 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 bleck. Das Green Sitchell, das Grow Sitchell, das Grüne bei euch. Ja, das können wir später machen, dafür müssen wir... Warte, warte, warte. Nein, müssen wir nicht. Haben wir. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Lagerst du jetzt alles um, Lenny? Nö, ne? Weil du mal in eine Kiste zugegangen bist. So. Du wirst nicht alles rausklauen. Hätte man systematisch angefangen diese Hyalurium-Fuelrots hier hinzusetzen, ne? Aber nein! Man muss die alle irgendwie wild hin platzieren. Wir brauchen, dass er jetzt hier arbeitet. Passt das schon. Wo hat ich den... Habt ihr auch vergessen, tut mir leid. Den Chunklau da hingepackt. Der steht glaub ich unten im anderen Haus. Ne, mein. Hab ich der mein Ding gesetzt? Ich glaub unten in deinem Kellerschick glaub ich einer. Weiß es nicht. Was ist denn hier, Black? Was machst du jetzt, Black? Ich mach was für dich. Machst du das, Green Sichel oder was? Nope. Was denn? Geil da was. Was machst du die ganze Zeit leer? Also nicht geil da was. Damit machst du den Raum easy. Die ganze Reisen zu machen. Machst du gleich damit? Spitzhacke? Ja? Kennen sie die Spitzhacke von Blood Magic? Ja. Top ist geil. Top ist das. Die ist ja top. Herrlich, lass das doch automatisch gehen. Geh nur achte. Schau, Laser. Okay, passt erstmal. Verschwindet ganz halt jetzt das ganze Eisen. Die können ja hier nämlich schön arbeiten, ja. Immer geht's doch um das halt diese ganzen Quops und sowas gemacht werden, deswegen. Zertus Quads bräuchten wir eigentlich irgendwann später wegen dem ganzen ME-Kack, ne? Zertus Quads? Ja. Mach jetzt, mach doch. Mach doch. Das ist gar nicht mein Cock. Oreo. Oreo? Oreo? Voll eklig. Fuck Oreo. Mach Oreos nicht. Voll ekelhaft. Das hast du jetzt nicht gesagt. Das hat jetzt jeder gehört. Ja, lass den Hamburger Bahnhof. Echt Skit machen? Jawoll. Du bezahlst mein Zugticket. Sweet Baby, danke. Und dann gucken wir mal, wer hier recht hat. Muss ich das jetzt so aufladen? Nein. Äh, ja, das musst du aufladen. Warte mal, ich lad das mal eben kurz hier auf. Zertus, wo kommt das Eisen raus, was wir vorhin da reingetan haben? Ja, ich brauch doch nur hier eben die Generation dran. Das dauert. Wie lange dauert denn das? Wolle wird das jetzt erst grad verarbeitet, weil Lenny immer die Sachen da rein tut. Hätt den schon wieder frisch gemacht. So machen das, ohne zu warten. So. Oh! Das wollte ich nicht. Ja, wir nehmen sie ja und deswegen. Du hattest doch ein halbes Herz? Willst sie nicht töten, aber du musst das. Oh, ganz ehrlich, ich kann... Ich muss allgemein immer davon ausgehen, dass Black oder WTF oder Zentus auf dem Server sind, dass ich nur noch ein halbes Herz hab, okay? Oh, jetzt hör doch mal auf. Nö, ich hab mich hier genug gehabt, dass du dich nicht daran halten konntest. Echt? Jetzt hör doch mal auf mit dem Kacki. Ich muss immer mit diesen Spritzen hier rumfliegen. Er hatte nur noch ein halbes Herz, tu mir leid. Hab ich doch nicht gesehen. Wollte ihn eigentlich nicht töten. Hä, da kannst du auch oben links in der Leiste sehen, dass er zwei eins nur noch hatte. Bei mir hat er noch ein halbes Herz. Dann nimmt er lieber das Giesbein, dass er verreckt. Lenny, wo bist du? Bei, hier oben. Hier zwischen den beiden Dingern ist ne neue Spritze. Hier zwischen den beiden Dingern ist ne neue Spritze. Töten. Hallo. Kann sich nicht töten. Hallo. Hol die Spritze ab und weitermachen. Wollte ich mal weitermachen. Dieser Nerv hier. Nerv, 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 Nerv. Nein, da hinten. Hier. Ich hab gesagt zwischen den beiden Türen, Junge, Mann. Ich hab gesagt da hinten. Genau, bitte. Wollte mal. Wollte mal. Wollte mal. Ist doch so. Ähm. Danke. Ach, sch... Ah, zitter. Ach, das ist halt mal shit. Darf ich mein Schwert jetzt zurückhalten? Glaub das nicht. Liegt doch da hinten noch. Ja. Meine Metall war mir nicht grad voll. Zuck. Das ist zu mir hingeflogen, aber trotzdem war mein Inventar voll. Lalalalalala. Das macht es immer. Ja, das ist ja normal. Was isst du? Bleck, 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 Bleck. Wo ist Bleck hin? Geht nur in eine Kiste rein, du Affe. Bleck? Äh... Äh, hast du das Knife mit? Ah, da kommt Eisen raus! Äh, ja, hab ich. Ja, hier wird auch grad Eisen wieder drin gemacht. Na gut, dann mach ich das halt. Wie viel passt denn in den Orb rein? Weiß ich nicht. Wollen wir mal noch 5 Kontrollstrebe. Wollt grad auf die Kiste gehen? Ach, hier lass du eben mein Orb aufhören. 40.000 oder so, ich hab keine Ahnung. Wollen wir auf die Kiste ja auch mit links gehen? Kann man das irgendwie nachgucken wie viel? Ich hab gesagt, du wollt grad auf die Kiste klägen und in dem Moment springst du direkt vor mir. Ja, und deswegen hab ich dich auch mit rechts klägen. Und deswegen hab ich dich eben auch gehauen, du Affe. Ich hab jetzt meins da in diesen Table rein getan, damit das eben das rauszieht. Wie die Sprengel. Das war einfach random Kisten. Können auch nichts dafür. Was? Suchst du doch erst? Äh, wo ist dieses rote, ähm, Siegel? Ich hab' ich aufgegessen. Du mal einfach, du mal. Echt? Echt? Keine Ahnung. Wir brauchen noch 4, äh, Quots. Also, Fuel-Dingens. Voll. Mal klappen schon. Ist das alles auf einmal rein zu tun? Äh, Divisionziegel sind... Hier sind auf jeden Fall dieses Ziegel. Divisionziegel ist hier. Ja, ist traurig. Der Orb ist da... Nee, hier sind irgendwelche Holz. Ey, warum hab ich keine Regeneration mehr? Lecker zu, Regeneration. Äh, weil die Regeneration von den, ähm... Von den, äh... Hier, sag schnell. Die Opfers. Oh, wir haben keinen Strom mehr. Hm, Flash läuft ja gut bei dir. Hä? Oben ist nicht meins, ne? Du Opfer. Hm, schlecht. Ich find die persönlich viel cooler. Da dürfen wir nicht rein. Hab ich ja auch gemacht mit. Ja, das hier doch. Das Ding hab ich gebaut, du Arsch. Das hier oben, das hast du gemacht, ey. Was? Mit deiner Bedbox. Ja, die Bedbox ist ja auch einfach nur für den Anfang gewesen. Boah, ernsthaft. Weg! Meine Kristalle. Meine Keime. Boah, ich bau hier unten, ich bau hier unten wirklich Golems rein, die auf mich gesteuert sind. Und auf mich. Ja. Ganz ernst, jetzt muss ich schon wieder Lenny so ne Kack-Spritze vorbeibringen. Ah ne, der kann hier runterkommen, ohne Witz. Könnt kotzen. Anstatt gleich mehrere Spritzen fertig zu machen. Ich hab zwei Spritzen fertig schon Centos. Aber ich muss doch immer wieder alle nachführen, weil irgendwelche Spackos nacheinander wieder sterben. Kann ich was. Kann ich was. Kann ich auch alles machen, was ich will. Ja, sag die Spitze. Danke. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Vielleicht musst du das ganze Glas, was ich mal so genommen gemacht haben. Ey, das Glas ist doch hier in dem Fernis hinten bei der Diakiste bei mir. Achso. Oh, 70 Prozent, ne. Da ist doch halbe Kiste Diya und halbe Kiste... ...dienst dann schon fertig. Hier. Ja. Hey. Was ist so... Hey. Hey. Wo ist das Glas? Hier ist doch das Glas, hier. Hier ist doch Glas. Und hier ist die Kiste. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Hey. Hey. Bitte hilf, guck mal auf mich. So. Guckst du mich... Ja? Ne. Schau, mein Kopf explodiert. Blut. Ist nichts passiert. Er ist jetzt grün. Nein, das ist alles gut. Oh, mein Mutti strudier. Diep. 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 erst mal alle wollen die begrüßen hallo ok wo sprichst du leise ich sprich nicht leise ich war der gestellte hast du noch die letzten dinger da rausgeholt ja das ist nur einer soll ich brauche langsam so ein master ob master master ein master auf die das der bricht langsam das ist das ist ein originaler schulabschluss kann es irgendwo machen du bist so behindert du bist so behindert wie viel Controls brauchen wir in 1, 2, 4, 5 haben wir das schon mal fertig 9 haben wir noch Rector Casings? ja ich hab noch 6 Stück hier, guck mal da wo? komm her da was machst du Black? was machst du Black? mach so wie Blatt aufweichen brauchen so weiterzumachen hast du noch ein M-O-Walt zum Duplizieren gemacht? ja ich hab noch ein paar ok diep ja hey M-O-Walt brauch ich nicht alles gut so wir brauchen noch 10 die was? Control Rods Master Orb zack kann ich jetzt mit dem Master das jawoll Item Ducts ich hasse Item Ducts ja tipptopp tipptopp was ist? und